Es war nicht so schön, aber na ja. Es ist einfach mal ein bisschen in der Hinterhalt, sag ich schon. Ähm, wie nennt man das denn jetzt? Ja, Schwierigkeiten. Und Schwierigkeiten gekommen. In sehr tolle Schwierigkeiten. Ja. 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 Das ist nicht schön. Ich dachte, es wird so voll leicht und so. Aber nein, so ist es nicht. Türme. Die könnten noch weiter. Ja. 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 Ich habe noch mal eine Lange, die in der Liebe zu tun. Ich habe noch einmal eine Lange, die in der Ecke zu machen. Aber genau, die Karte werde ich nicht aufdecken. Die Karte werde ich nicht aufdecken. Die Karte werde ich nicht aufdecken. So, bauen wir hier noch mehr. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Weil das ist auch gleich fertig. Hier. 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 Ja, 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 ja. Machen wir das so, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht. Machen wir noch eine zweite daneben. So. Guck mal, alle da hier hinten. Hm. Okay. Asa, karekaze, ja. Ich dachte ja, das wäre eine Kaser. Oh. Bip, bidi, biep, biep. Ich hasse ja eigentlich diese vergatten Dinger, ne? Aber... Junge, könnt ihr das nicht woanders austragen? Ja, ja. Uff. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtabisch, Goldfield, Krishabauhin. Untertitelung. BR 2018